Hallo liebe Schülerinnen und Schüler. Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Video 10.5 einseitiger Signifikanztest Teil 1. Ich möchte ein Spiel spielen. Ich will aber kein Spiel spielen. Doch, lassen Sie es doch nicht spielen. Ich habe hier einen Würfel und Sie dürfen ihn zwölfmal werfen. Für jedes Mal, wo Sie eine 6 würfeln, gebe ich Ihnen 10 Euro. Da ist ein Haken. Da ist gar nicht ein Haken, dann weiß ich. Nein, Sie müssen mir nur einmal am Anfang 10 Euro geben. Also ich gebe Ihnen 10 Euro und für jedes Mal, wo ich bei zwölfmal würfeln, eine 6 Würfel, kriege ich 10 Euro zurück. Richtig. Ist doch wunderbar. Dann mache ich gleich. Also 10 Euro. Dann macht es. Gut, dann würfeln Sie mal. Ja, ne. Also ganz ehrlich. Bei der Wahrscheinlichkeit von einem Sechstel, da kommt nach meinem Verständnis schon zweimal eine 6 raus. Ich will mein Geld zurück. Nee, der Würfel ist ganz normal. Der ist nicht gezinkt. Es kann schon mal sein, wenn man zwölfmal wirft, dass auch kein einziges Mal eine 6 kommt. Okay, einverstanden. Es mag ja sein. Aber ich glaube Ihnen trotzdem nicht. Also machen wir einen Test, ob Ihr Würfel wirklich nicht gezinkt ist. Okay, von mir aus können wir gerne einen Test machen. Aber dann schreiben wir es übersichtlich auf. Okay? Wir testen also, liefert mein Würfel zu wenig Sechsen? Gut. Sie behaupten, dass Ihr Würfel genug Sechsen liefert. Also Sie sagen, die Wahrscheinlichkeit, eine 6 zu würfeln, ist ein Sechstel. Genau. Ich sage, die Wahrscheinlichkeit, eine 6 zu würfeln, ist auf jeden Fall kleiner als ein Sechstel. Sonst hätte ich eine 6 gewürfelt. Also Entschuldigung. Okay, dann machen wir aber welchen größeren Test. Sagen Sie, Sie müssen 120 Mal würfeln. Okay. Und wir sagen, die Zufallsvariable zählt die Anzahl der Sechsen, die ich werfe. 120 Mal würfeln. Okay. Ja, das mag anstrengend sein, 120 Mal zu würfen. Aber ich habe ihn überführt. Ich habe nämlich 15 Mal eine 6 gewürfelt. Also bei 120 Würfen, ein Sechstel. Da sollten es um die 20 Sechsen kommen, nicht nur 15. Also ganz ehrlich, sorry, ich will mein Geld. Das ist doch reine Spekulation. Ich zeige Ihnen mal die Mathematik dahinter. Rufen Sie mal meine Binomialverteilung auf. Okay. Wir machen davon eine Binomialverteilung. Ja, das sehen Sie. Ganz einfach. Wir betrachten jetzt mal dieses Teil und dann werde ich euch zeigen, dass er wirklich Quatsch erzählt. Jetzt zeige ich Ihnen ja mal, was wir hier sehen. Binomialverteilung auf der x-Achse sind alle möglichen Treffer. Also R angegeben, natürlich von 0 bis eigentlich 120. Wir haben es jetzt nur hier bis 45 aufgetragen, weil danach die Wahrscheinlichkeit, dass man mehr als 45 Sechsen würfelt, klar, die ist sehr gering. Mit seinem Würfel vor allem noch 3 Mal. Und auf der y-Achse nach oben habe ich die Wahrscheinlichkeit aufgetragen, dass unsere Zufallsvariabel die Anzahl der Sechsen im R ist. Machen wir mal ein Beispiel. Wenn er 20 ist, also die Anzahl der 26, das ist dieser Balken, das ist ungefähr 0,1. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist 0,1, also circa 10 Prozent, dass ich, wenn ich 120 mal würfe, 20 Sechsen habe. Okay? Verstehen Sie? Ja, einverstanden, einverstanden. Okay. Und Sie haben jetzt 15 Mal eine Sechs gewürfelt. Ja, hier. Ja, sehen Sie, das kann doch auch zufällig sein. 5 Prozent der Felden tritt es doch auch auf. 5 Prozent? Ich bitte Sie, 5 Prozent ist total unwahrscheinlich. Ja, und was wäre dann für Sie okay? Wenn ich 19 Mal eine Sechs gewürfelt habe, wäre das noch okay? Nein, für mich ist dann okay, wenn ich 20 Mal eine Sechs kriege bei diesem Experiment. Dann ist der Würfel in Ordnung. Ah, nur wenn ich 20 Mal oder mehr eine Sechs kriege. Ja, ähnlich, ich will mein Geld zurück. Da machen Sie aber einen Riesenfehler. Einen Riesenfehler, sage ich Ihnen. Denn es gibt, so wie der Würfel ist, und so ist er auch, diese Benominalverteilung von fernen Würfeln, da kann ja auch rauskommen, dass man 19 Mal oder weniger eine Sechs würfelt. Ich zeige Ihnen mal die ganzen Fälle. Hier sehen Sie mal, das sind alle Fälle hier, blau. Und da sehen Sie auch, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich 19 Mal oder weniger eine Sechs würfel, auch wenn der Würfel, wie ich sage, ganz normal ist. Ich bleibe dabei, der ist gezinkt. Wir rechnen die Wahrscheinlichkeit mal aus. Mathematik kommt zuerst P, dass x kleiner gleich 19 ist. Okay, Sie wollen die Wahrscheinlichkeit wissen, dass wir bei diesem Versuch 19 Mal oder weniger eine Sechs würfel. Genau, wenn es ein ganz normaler Würfel ist. Ja, und das könnt ihr auch ausrechnen mit eurem GTR. Die Lösung gibt es in 3, 2, 1. Sehen Sie, die Wahrscheinlichkeit ist 0,4620, also 46,2%. Ja, okay, ich gebe ja zu, es ist hochwahrscheinlich, dass man auch 19 oder weniger hat. Aber nehmen wir meine, ich hatte nur 15, ja? Jetzt rechnet mal aus hier, P von x kleiner gleich 15. Und da werde ich Ihnen zeigen, wie unwahrscheinlich das ist. Ja gut, das könnt ihr auch mal machen. Macht es mal. Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, das Ergebnis, dass P x kleiner gleich 15 ist, ist 0,1334. Also 13,34%. Und Sie sehen auch da drüben hier im Diagramm diese blauen Flächen. Da ist noch relativ groß, dass man auch im Normalfall, bei normalen Würfel, was es ja ist, 15 Mal oder weniger eine Sechs würfelt. Okay, okay, ich sehe es ein. Ja, der war nicht gezinkt, ja, Sie können die 10 Euro behalten. Dankeschön. Meine Frage wäre aber, angenommen, ich gerade ist an einen bösen Menschen, nicht so einen guten Menschen wie Sie, so ich gerade an jemand Böses, und der spielt dieses Spiel mit mir, und dann wird es noch schlimmer. Und ab wann kann ich denn vermuten, dass der Würfel wirklich gezinkt ist? Achso, ja, das kann ich Ihnen und auch euch zeigen. Aber dazu brechen mal bitte P von x kleiner gleich 13 und P von x kleiner gleich 12. Okay, das kriegt ihr hin. Die Lösung gibt es wieder in 3, 2, 1. So, wir haben die Wahrscheinlichkeiten ausgerechnet. P von x kleiner gleich 13 ist 0,0501, also knapp über 5%. P von x kleiner gleich 12 ist 0,0275, also 2,75%. Gut. Und hier ist sozusagen eine magische Grenze. Denn man legt den Test in Wirtschaft, Industrie und Abi immer so an, dass diese blauen Flächen, die wir hier links auch gezeichnet haben, die aufsummierte Wahrscheinlichkeit kleiner gleich 5% sein soll. Und bei uns ist sie auch bis 12 kleiner als 5%, nämlich unsere 2,75%. Und ab 13, da ist sie größer als 5%. Das heißt, hier ist die Grenze zwischen 12 und 13. Okay, wenn ich jetzt also 12 Mal oder weniger Sechsen würfle bei 120 Mal würfeln, dann ist der Würfel wahrscheinlich gezinkt, also meine Hypothese ist richtig. Richtig. Und wenn ich 13 Mal oder öfters eine 6 Würfel bei 120 Würfeln, dann ist der Würfel höchstwahrscheinlich nicht gezinkt, dann ist meine Hypothese richtig. Dann hätte ich doch 12 Mal geworfen. Okay, das heißt aber für die Zukunft müssen wir uns Folgendes merken. Bei solchen Tests geht es immer genau darum, diese Grenze zu finden. Also diese orange Zahl, bei uns die 13, zu finden. Und das macht man mit folgender Gleichung. Es geht uns darum, also die kleinste Zahl zu finden, für die die kumulierte Wahrscheinlichkeit, also diese Aufsummierung der Wahrscheinlichkeiten von 0 ab, zum ersten Mal größer ist als 5%. Ja, aber warten Sie mal, diese Gleichung, wenn ich das vergleiche mit den Werten oben, das ist was wir oben hatten, px kleiner gleich 19. Oder 15, ja. Machen wir mal, 19 ist auch größer als 0,05, 0,46, also da würde es ja auch gelten. Ja, aber ich habe gerade extra gesagt, die kleinste Zahl, bei der zum ersten Mal die Wahrscheinlichkeit größer ist als 5%. Ach so, ja, das wäre 13. So, wir sind also fertig und wissen, mein Würfel, der ist nicht gezinkt, der ist ganz normal. So, ich sehe, Sie haben da noch was ergänzt. Ja, zwei neue Begriffe, Ablehnungsbereich und Annahmebereich. Dazu muss man wissen, die ursprüngliche Hypothese, die hier oben als erste genannt wurde, also Herr Fähnrichs Hypothese, das ist die, die wir sozusagen testen. Und wenn wir jetzt ein Testergebnis bekommen, das innerhalb diesen Bereiches liegt, dann wird Herr Fähnrichs Hypothese angenommen, deswegen ist es der Annahmebereich, also sein Würfel ist tatsächlich nicht gezinkt. Wenn wir ein Testergebnis bekommen hätten, was im blauen Bereich wäre, dann hätten wir seine Hypothese abgelehnt. Dann wäre sein Würfel tatsächlich gezinkt gewesen. So, diese ganze Einführung sollte ich jetzt ins Heft übernehmen. Da es natürlich ein bisschen schwieriger ist, diese Binomialverteilung jetzt hier abzuzeichnen, gibt es dieses Bild der Binomialverteilung auf der Homepage zum Runterladen. Ladet es euch runter, drückt es euch aus, schneidet es aus und klebt es auch ins Heft. Macht es bitte, denn gerade diese Einführung ist jetzt wirklich wichtig, damit man diesen einseitigen Signifikanztest einmal richtig gut versteht. Wir kommen jetzt zum allgemeinen Teil. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum diese Seite hier ganz leer ist. Naja, hat folgenden Grund. Zu diesem Video gibt es auch noch einen zweiten Teil. Und wir werden den allgemeinen Regelaufschritt erst machen, wenn wir noch im zweiten Video einen weiteren Aspekt des einseitigen Signifikanztests kennengelernt haben. So, wir kommen nun zur folgenden Aufgabe. Nach einer früheren Umfrage befürworten 70% die Sommerzeit. Die Bürgergruppe pro Kind behauptet mittlerweile aber, dass der Anteil der Befürworter geringer sei und es deshalb besser sei, die Sommerzeit abzuschaffen. Die denken also, die Wahrscheinlichkeit ist kleiner als 70%. Pro Kind will deswegen ein Test mit der Nullhypothese H0 P gleich 0,7 durchführen, mit dem Schichtprobenumfang M gleich 100 und dem Signifikanzniveau 5%. Bestimmen den Annahmen und den Ablehnungsbereich für H0. Gut, zunächst mal müssen wir uns jedes Mal, bevor wir so einen Signifikanztest durchführen, ein paar allgemeine Sachen aufschreiben. Und zwar folgende. Zum einen die Nullhypothese nochmal aufschreiben. H0. Das entspricht von dem, was wir vorhin gemacht haben, in dem anderen Beispiel, Herr Fähnrichs Hypothese, also die ursprüngliche Annahme. Und dann gibt es die Alternative. Und die Alternative ist das eben, was die Bürgergruppe pro Kind denkt. Das ist H1, dass die Wahrscheinlichkeit kleiner ist als 0,7. Entspricht dem, was ich vorhin gedacht habe, nämlich, dass die Wahrscheinlichkeit für den Sechsten beim Würfeln kleiner war als ein Sechstel. Und wir schreiben auch auf, dass N100 ist. Alpha, das ist unser Signifikanzniveau. Dafür können wir in Alpha schreiben. Das ist 0,05. Das handelt sich um einen linkseitigen Test. Warum? Das sehen wir daran, dass die Wahrscheinlichkeit angenommen wird, kleiner zu sein. Ist deswegen wichtig. Wir werden beim nächsten Mal noch einen rechtseitigen Test kennenlernen. Das ist ein bisschen anders. Sehen wir aber dann. Und wir müssen aufschreiben, wie die Zufallsvariable definiert ist. Nämlich, Zufallsvariable definieren wir als die Anzahl der Befürworter der Sommerzeit. So, und wenn man das mal hingeschrieben hat, hat man erstens schon Punkte, Mami, was auch schon gut ist. Yeah! Und immer, wenn es sich um einen linkseitigen Test handelt, braucht man folgende Formeln. Das kann man sich wirklich auswendig merken. Das ist die hier, die wir vorhin auch hergeleitet haben in der Einführung. P von x kleiner gleich a wird größer sein als 0,05. Wir suchen also diesen Wert a hier, für das es zum ersten Mal größer ist als 0,05. Und das machen wir mit dem GTR. Genau, denn es wäre sehr unständlich, wenn wir, wie in der Einführung, diese Formel da links, Px kleiner gleich a, verschiedene Werte von a einzeln ausrechnen müssten, jedes Mal. Deswegen nehmen wir eine Wertetabelle. Das ist das Table-Menü im GTR. Übrigens dasselbe Verfahren, das wir schon benutzt haben bei den Problemen mit der Binomialverteilung, wenn wir klein r bestimmen wollen. Richtig. Und hier brauchen wir die kumulierte Wahrscheinlichkeit. Deswegen gehen wir auf Option. Dann auf rechts, auf Stadt. Dann auf Dist. Dann auf N. Dann auf BCD. Und jetzt ist es R, N, P. R haben wir nicht. Das ist gesucht hier. So machen wir da ein x hin. N haben wir als 100. Und klein p haben wir auch. Das ist 0,7. Gut. So, bevor wir jetzt die Tabelle anzeigen lassen, stellen wir sie erst richtig ein. Das machen wir im Set-Menü. Richtig. Und wir machen es jetzt nicht von 0 bis 100, weil der Taschenrechner dann sehr lange rechnen würde. Deswegen tun wir den Wertebereich ein bisschen einschränken. Wir sagen, oder wir überlegen uns, was ist hier der Erwartungswert. Der Erwartungswert ist N mal P. Also einfach 0,7 mal 100. Das ist 70. Also bräuchten wir maximal bis 70 gehen. Denn wir erinnern uns, vorhin lag der Ablehnungsbereich auch links von der 70. Richtig. Und man braucht auch nicht direkt bei 0 zu starten. Man sagt so generell, der halbe Erwartungswert weg vom Erwartungswert. Also 35 weg von der 70. Also wir starten bei 35. Gut. Schauen wir uns die Tabelle an. Seht, es dauert eine Weile. So, wir sehen, es sind sehr kleine Zahlen. Das sieht doch nicht nach größer als 5% aus. Wir können uns also durchaus etwas schneller in die Richtung bewegen. So, jetzt geht es aber los. Bei 61 sind es 3,39%. Bei 62 sind es 5,3%. Das heißt, da ist die Grenze, beziehungsweise die Grenze ist genau zwischen 61 und 62. A ist jetzt in unserem Fall 62. Notieren wir uns so und schreiben auch gleich den Annahmebereich auf. Der geht dann von 62 bis 100 und von 0 bis 61. Was bedeuten diese Bereiche jetzt nochmal in Bezug auf diese Stichprobe, die hier gemacht wird? Also, dieser Ablehnungsbereich von 0 bis 61, wenn wir 100 Leute fragen und, naja, sagen wir mal, 50 Leute würden sagen, ja, ich finde die Sommerzeit gut. Das würde im Ablehnungsbereich liegen. Dann hätte die Gruppe pro Kind recht und würde sagen, diese Nullhypothese, also die Nullhypothese oben, dass 70% die Sommerzeit befürworten, die lehnen wir ab. Deswegen Ablehnungsbereich. Unsere Alternativhypothese ist richtig. Und wenn zum Beispiel ganz nah an der Grenze, sagen wir mal, 63 Leute gesagt hätten, okay, wir finden die Sommerzeit gut, dann sind wir im Annahmebereich, dann hätten wir die Nullhypothese, also das p gleich 0,7 ist, annehmen müssen und pro Kind wäre im Endeffekt nicht erfolgreich gewesen. Okay, eigentlich ist die Aufgabe hier beendet, aber wir machen noch eine kleine Zusatzüberlegung. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns irren? Irren? Wie meinen Sie irren? Naja, das Ergebnis der Stichprobe würde so liegen, dass es im Ablehnungsbereich liegt. Wir sagen, okay, die Nullhypothese ist abgelehnt und einige Zeit später kommt raus, sie hätte eben doch gestimmt. Achso, so meinen Sie irren. Also, was ist die Irrtumswahrscheinlichkeit, dass wir falsch liegen? Okay, kann man das gerade mal aufschreiben und das nochmal rekapitulieren? Ja, angenommen, das Stichprobeergebnis liegt in diesem Bereich und die Nullhypothese würde trotzdem stimmen. Dann hätte man sich geirrt. Wir suchen also die Irrtumswahrscheinlichkeit. Das ist ja genau die Wahrscheinlichkeit, dass px kleiner gleich 61 ist. Genau, dass ein Wert in diesem Ablehnungsbereich liegt. Ja, und das müssen wir gar nicht erst berechnen, denn das haben wir schon. Und zwar hier oben in unserer Tapelle. p von x kleiner gleich 61 steht schon hier 0,0339. Damit haben wir es. Nee, es könnte ja sein, dass es falsch gerundet ist. Wir müssen schon noch direkt auf die 0,0339 hinklicken. Ein wichtiger Aspekt. Wir müssen im GTR wirklich mal da hingehen und dann mit einem Klick nach rechts wird die genaue Zahl angezeigt. Und jetzt sehen wir tatsächlich, die wird abgeschnitten nach der 9. Wenn wir sie auf 4 Nachkommastellen runden, würde hier aufgerundet werden. Das heißt, was wäre es eigentlich? Oh, 0,0340. Also an der Stelle bitte immer aufpassen. Nicht einfach diese Werte übernehmen, wenn es darauf ankommt. Nachschauen, wie ist der Wert exakt. Gut, das war es für heute. Diese Tests werden wir jetzt mit euch üben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020